Ihr alle wurdet vermutlich in den letzten Tagen und Wochen nur so überflutet von Reviews und Benchmark-Videos zu den neuen Intel Comet Lake S Prozessoren. Jetzt wo die wichtigsten Informationen bereits veröffentlicht wurden, ist es nun an der Zeit ein Zwischenfazit zu ziehen und seine Meinungen diesbezüglich gemeinsam auszutauschen. In dem heutigen Community-Themen-Video möchte ich sowohl über die positiven als auch über die negativen Seiten der neuen Prozessor-Generation berichten und dabei auch einige Beiträge meiner Community mit einbeziehen. Viel Spaß! Auf YouTube und diversen Hardware-News-Seiten war die Veröffentlichung der neuen Intel Comet Lake S Prozessoren wohl kaum zu übersehen. Mit einem Schlag brachte der Chip-Ersteller gleich 32 Ausführungen dieser neuen Generation auf den Markt, von Celeron und Pentium über i3, i5 und i7 Modelle bis hin zum aktuellen Spitzenmodell, dem i9-10900K. Da dürfte sicherlich für jeden was dabei sein, wobei man sich vor der endgültigen Kaufentscheidung die Frage stellen sollte, wie lohnenswert die neuen Prozessoren eigentlich sind, welche Neuheiten sie mit sich bringen, inwiefern sie sich von den Vorgängermodellen unterscheiden und auch wie sie sich zu den Konkurrenzprodukten aus dem Hause AMD positionieren. Starten wir ganz oben an der Spitze und zwar mit dem i9-10900K, der von Intel als die beste Gaming-CPU beworben wird. Vom Grundsatz her ist diese Aussage auch nichts entgegenzusetzen, da sie von diversen unabhängigen Benchmark-Messungen bereits bestätigt wurde, wenn auch nur mit einem sehr marginalen Vorsprung im Vergleich zum Vorgänger, dem i9-10900K. Beste Gaming-CPU hin oder her für viele Nutzer kommt es natürlich neben den entsprechenden Spiele-Benchmarks vor allem auf ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis an. Dieses Thema ist und bleibt ein Dauerthema bei Intel und auch die neuen Comet-Lag S-Prozessoren lassen keine großen Hoffnungen offen, dass Intel auch nur annähernd an das Preis-Leistungs-Verhältnis von AMD herankommt. So bringt es der User ArioHD ziemlich genau auf den Punkt, er schreibt nämlich leistungstechnisch zwar oft minimal besser, aber preis-leistungstechnisch echt nicht konkurrenzfähig. Oder der Nutzer X-Cuber, der für die beste Gaming-Leistung zwar Intel empfiehlt, allerdings im Preis-Leistungs-Segment eher zu AMD rät. Zwar sind aktuelle Preisangaben der Comet-Lag S-Prozessoren aufgrund der frischen Veröffentlichung eher mit Vorsicht zu genießen, allerdings sind knapp 580 Euro für den 10900K ziemlich teuer, vor allem wenn Konkurrent AMD den vergleichbaren 12-Kern-Prozessor Ryzen 9 3900X für ca. 430 Euro verkauft. In der Mittelklasse verlangt man aktuell etwas über 300 Euro für den i5-10600K und zahlt für den vergleichbaren Ryzen 5 3600 aktuell gerade einmal unter 200 Euro. Aber wie gesagt, wir können schon damit rechnen, dass sich die Preise in den nächsten Wochen noch etwas nach unten einpendeln werden. Abseits der Gaming-Performance ist Intel zwar, was die Single-Core-Leistung angeht, ein Stück weit vor der Konkurrenz, allerdings erreicht AMD natürlich mit ihren 12- und 16-Kern-Ryzen-Modellen deutlich bessere Multi-Core-Ergebnisse. Demnach könnte sich der Ryzen 9 3900X oder 3950X vor allem für Anwendungssysteme, beispielsweise im Bereich Videoschnitt, wesentlich besser eignen. Nachdem wir nun über die Performance bzw. Leistung der neuen Prozessor-Generation gesprochen haben, klären wir jetzt die Frage, an welchen Stellschrauben Intel gedreht hat bzw. welche weiteren Neuheiten die 10.000er Modelle sonst noch so mit sich bringen. Tendenziell hat sich nämlich im Vergleich zu Coffee Lake gar nicht so viel verändert. Intel setzt nach wie vor auf eine 14-Nanometer-Architektur, diesmal mit erhöhter Taktfrequenz und zwei zusätzlichen Kern beim Spitzenmodell, der nun 10 Kerne und 20 Threads zu bieten hat. Viele Nutzer und unter anderem auch NoName199 kritisiert, dass nach wie vor auf eine 14-Nanometer-Fertigung gesetzt wird und lediglich der Takt angehoben wird, wodurch letzten Endes nur eine höhere TDP und demnach höhere Temperaturwerte resultieren. Um der entstehenden Hitze etwas entgegenzuwirken, hat Intel den Dye ihrer verlöteten Prozessoren etwas dünner und den Heatspreader dafür etwas dicker gemacht, damit die Abwärme auf einer größeren Fläche abgeleitet werden kann. Dennoch können die angegebenen Taktwerte der neuen CPU-Modelle in einigen Fällen nicht erreicht werden und das trotz sämtlicher Turbo-Boost-Technologien, die sowieso vermehrt für Verwirrung sorgen. Der Turbo-Boost 3.0 soll bei dem 10.100K einen maximalen Single-Kontakt von 5,2 GHz ermöglichen und der All-Core-Boost auf allen 10 Kernen konstante 4,8 GHz erreichen. Der Thermal Willow City Boost soll dann noch einmal 100 MHz obendrauf schlagen, insofern der Prozessor unter 70 Grad heiß ist. Doch auch ein konstanter All-Core-Takt von angegebenen 4,8 bzw. 4,9 GHz ist sehr stark von der TDP abhängig und kann nach den vorgegebenen Intel-Spezifikationen keinesfalls dauerhaft gehalten werden. Intel gibt nämlich zwei Power-Limits vor, das eine mit 125 Watt und das andere mit 250 Watt und nur mit letzterer Leistungsaufnahme kann die CPU auf den angegebenen 4,8 bzw. 4,9 GHz auf allen Kernen betrieben werden. Allerdings gilt das 250 Watt Power-Limit nur für 56 Sekunden und danach wird wieder auf das 125 Watt Limit gewechselt, bei denen noch Taktraten von um die 4,2 bis 4,3 GHz möglich sind. Letzten Endes sorgt die 56 Sekunden andauernde 250 Watt Leistungsaufnahme nur dafür, dass entsprechende CPU-Benchmarks wie zum Beispiel Cinebench R15 oder R20 verfälscht werden, was auch der Zuschauer Matthias geschrieben hat. Allerdings können Mainboard-Hersteller andere Power-Limits festlegen, als Intel sie standardmäßig vorgibt und somit auch eine höhere Leistungsaufnahme über einen längeren Zeitraum ermöglichen. Eine wichtige Neuheit, die sich in der Mittelklasse abspielt, ist die Freischaltung von Hyper-Threading, was bei AMD längst Standard ist, findet also nun auch bei den i5- und sogar bei den i3-Modellen Anwendung. Dadurch könnte der neue i5-10600K in Konkurrenz mit dem AMD Ryzen 5 3600 treten, was jedoch bei der aktuellen Preissituation eher schwierig wird. Doch nicht nur der Anschaffungspreis des Prozessors muss beim Kauf berücksichtigt werden, sondern auch ein neues Mainboard mit 1200er Sockel ist für den Betrieb zwingend. Der User-PC-Bilder kritisiert dies und hofft, dass dieser Sockel dann endlich für die nächsten Generationen der gleiche bleibt. Die Comet Lake S-Prozessoren unterstützen nach wie vor kein PCI-Express 4.0, obwohl viele Mainboards dieser Plattform bereits damit ausgestattet sind und offiziell wird nur ein Speichertack von höchstens 2933 MHz unterstützt, obwohl in der Praxis weitaus mehr möglich ist. Was haltet ihr von den neuen Intel 10.000er-Prozessoren? Sind sie in euren Augen top oder flop? Diskutiert in den Kommentaren gerne fleißig weiter und hinterlasst auch gerne einen Daumen nach oben. Um auch in Zukunft keine weiteren Themenvideos mehr zu verpassen, würde ich mich nun noch über ein kostenloses Abo freuen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.